Oh, wie geil macht die, das ist krass, ne? Uh oh, die Branche ist zu klein. Ja, du hast es gemacht, gut gemacht. Nur ein Problem. Und da, schau dich an uns, schau dich an den Spiky-Tree. Spiky, schau dich an den Spiky-Tree. Oh, mein Gott. Das ist kein Problem. Sie sich schau dich an den Spiky-Tree und sich schau dich an den Spiky-Tree. Weil, manchmal kann man etwas essen.